Willkommen zurück! Herzlich Willkommen zum Undermaster angezockt Let's Play! Ich habe die Forschung fertiggestellt, die ich in der letzten Woche, in der letzten Folge angefangen hatte. Den Lagerschrank, den kann ich jetzt machen und ich habe vier Erfahrungen erhalten. Oh, der macht gerade was Leckeres zu essen hier. Da kann ich... bin ich doch gerade hier... achso, oh, wow, ab Level 14 bzw. 11 kommt dann Werkbank-Export. Okay, lass mal gucken. Ich würde mir super gerne noch so ein Ding hier hinstellen, aber ich glaube, das reicht erst mal, wenn ich nur einen mache. So, ist er das? Ja, das ist er. Wie viele brauche ich davon? Fünf Stück. So, und dann gib mal Gummischummi, du hast Arbeit, mein Freund, dann komm auch und erledige die. So, was machen die anderen Jungs denn gerade so? Ach, guck mal, die sind fertig hier. Sehr cool. Oh, es gab Gold. Und die haben ja noch eine Menge andere Sachen zu tun, hier sehe ich gerade. Und ich weiß gar nicht, was die Treppe jetzt hier nach oben so macht. Und dieses Ding hängt hier an einem massiven Fels. Ja, ist in Ordnung. Hatte ich da nicht auch irgendwo ein Bild hingehangen? Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, diese Bilder, die kommen dann sowieso oder beziehungsweise die ganzen anderen Sachen, die kommen dann sowieso in mein Lager. Ich würde aber ganz gerne da vorne noch ein bisschen Licht machen. Schlafsaal. Ne, ne, ne. Brauchen wir noch ein Bett? Ne, ne. Oh, was ist das denn hier? Ruhmes Level 2. Wow. Spiel? Moment. Lager. Im Lager war es nicht. Im Lager war es nicht. Wo war es denn? Bank. Wo war es? Kerkermeister? Ne. Ach, da war es. Genau. Ja, zweimal haben wir jetzt den Bilderrahmen nämlich noch. Und die würde ich ganz gerne jetzt noch woanders platzieren dann, wenn wir die eh schon haben. Guck mal, dann können wir einmal hier hinhängen. Und... Ups. Ja, 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 ja. Ich weiß. War doch ein Fail. Uh. So, und... Dann hängen wir den einmal hier hin. So, plus 3 Ruhm. Genau. So. Ruhmes Level. Da klicke ich jetzt einmal kurz drauf. Deine Monster kommen nun 5% schneller. Nächste Stufe 10. Okay. Du kannst nun 25 Bodenplatten pro Raumart platzieren. Wow. Cool. So, Jungs. Dankeschön für eure Arbeit. Das wäre auch fertig. Jetzt gehen die noch hier kurz hin. Und, ähm... Genau. Der macht jetzt die Bodenplatte. Wo ist denn der Dritte im Bunde? Wo springt der denn rum? Oder springen die alle da rum? Ah, ich glaube, die sind alle da, oder? Zack. Fertig. Wo ist denn der... Ach, guck mal da. Danke. 5 Stück muss er machen. Nee, ich glaube, die springen alle da rum, oder? Alle 3? Ja. 1, 2, 3. Okay. Cool. Jungs, vielen Dank, dass ihr so, äh, gut arbeitet. Ähm, ich kann ja jetzt schon mal so ein kleines Fazit zu dem Spiel geben. Also, ihr habt ja jetzt schon ein paar Runden gemacht hier. Und, äh, also ich glaube nicht, dass das wirklich ein Spiel ist, äh, was wir weiterführen werden. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass ihr durch dieses Angezockt vielleicht selbst dann, ähm, so ein bisschen merkt halt, ob das was für euch ist oder nicht. Ähm, ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgefragt. Auch bei mir in der Ali, im Empire. Und die meisten kannten dieses Spiel, klar, aus, aus Funk und Fernsehen, ne? Ähm, aber manche haben es auch angezockt und die haben alle durch die Bank weggesagt, dass es für die langweilig geworden ist irgendwann. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie lange jetzt hier dieses Tutorial geht, ey. Und, äh, auf jeden Fall sind wir aber noch im Tutorial, denn hier ist, das ist noch alles gesperrt und das wird erst nach dem Tutorial aufgemacht. Oh, ach, warum kosten die dann so viel? Kosten 3. Aber die ist schon toll, ne? Aber ich werde mir auf jeden Fall erstmal keine Sachen holen, die meine Zeug hier verballern. Ähm, vielleicht, wenn wir wirklich nur noch dieses, nur dieses Angezockt machen, werde ich uns hier vielleicht noch so ein paar Sachen reinstellen und die auf jeden Fall verballern dann. Denn, äh, was wollen wir uns die hier einfach behalten, die Kristalle? So, was war denn jetzt mit diesem Freundesgeschenk hier? Da wollte ich auch nochmal eben gucken. Ach, Freunde sind noch gesperrt. Ja, während des Tutorials kann ich leider noch keine Freunde haben. Ja. Ähm, sonst gibt es hier nichts mehr. Ne, ne, sonst müssen wir einfach mal jetzt mal ein bisschen warten noch. Bisschen Gold kommt da jetzt noch. Und, äh, ja, da ist das letzte Teil, glaube ich, oder? Ist der noch am, ne, der ist noch am Wursteln, noch neun Sekunden. Ja, und dann können wir auf jeden Fall dieses Ding schon mal bauen. Und, wo war's denn? Moment. Ähm, hier, ne? Genau, der Lagerschrank. So, da ist es. Und jetzt, na? Genau, jetzt können wir den zusammen basteln. Zack. Und jetzt können wir uns den auch platzieren. Sehr schön, den stelle ich mir direkt... Oh, den wollte ich eigentlich... Ach, das sieht toll aus. Ja, wir haben jetzt, äh, die Werkstatt Bodenplatten gemacht. Wir haben, ähm, den Lagerschrank erforscht und auch zusammengebaut. Und den haben wir in unserer Werkstatt platziert. Dafür gibt es 2600 Erfahrungspunkte, 1500 Gold und drei Kristalle. Woo! Stufenaufstieg. Cool. Schon wieder. Ähm, Werkbank-Exportwaren können wir jetzt erforschen. Und wir kriegen die Wandkerze. Cool. Und wir kriegen einen silbernen Booster. Wow. Anfrage von der Oberwelt. Stellt euch vor, so ein windiger Menschling hat bei uns angeklopft, ob wir Gartenzwerge für sie herstellen können. Wozu soll so etwas gut sein? Und sie zahlen auch noch gut dafür. Erforsche die Werkbank-Exportwarenstufe 1, stelle sieben Teile der Werkbank-Exportwarenstufe 1 her, habe eine Werkbank-Exportwarenstufe 1 in der Werkstatt und stelle zehn Gartenzwerge her. Woo! Cool. Zwei Kristalle gibt es dafür wieder. Sehr geil. Ähm, ab in die Forschungen. Zack. So langsam klappt es hier. Ähm, da ist es. Ne, da ist es. Pardon. Äh, ja, klar, wollen wir das erforschen. Ähm, 5 Minuten. Alles klar. Super. Dankeschön. Schaffen wir in der Folge noch. Und da kommt das Gold. Yeah. Haben wir ja gerade ausgegeben. Ähm, ja, und in die Oberwelt müssen wir dann vielleicht irgendwann mal, wenn das Tutorial vorbei ist. Ich weiß es nicht. Die sind auch fertig. Vielen Dank, meine Lieben. Und, ähm, ich würde vorschlagen, ihr geht dann einfach mal jetzt, Moment, gleich das Booster, äh, ja, das leuchtet schon so schön auf. Ähm, geht einfach mal hier ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt hier gerade nichts mehr, ne? Ne, die rennen nämlich einfach nur rum. Und dann können die ruhig mal hier helfen. So. Was ist das? Normaler Fels? Ja, komm, den haut dann der andere. Der kann den jetzt einreißen. Hier, wo ist er? Ich glaube, der geht schon hin, ne? Ja, sehr schön. Gut, äh, danach kann er dann gerne bei den anderen Jungs helfen. Dann geht's ja alles ein bisschen schneller. Wir warten jetzt erstmal. Ach, guck mal hier, der, der, die EP-Anzeige von den Wichteln, ne? Die steht übrigens auch hier. Sehr cool. Und, äh, was sagt denn unser Futter? Ach so. Ach so, die Schatztruhe, die wollten wir öffnen. Da ist bestimmt was Cooles drin. Mit vier neuen Schätzen öffnen. Die Silbertruhe. Tüftelecke. Esstisch. Leuchtkristall. Feuerkorb. Tüftelecke. Lagerschrank. Esstisch. Bilderrahmen. Okay. Esstisch. Stufe 2. Wow. Ein Feuerkorb. Teil 1. Tüftelecke. Und der Bilderrahmen. Cool. Sehr, sehr cool. Schätze einlösen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Ähm, was haben wir denn jetzt hier noch? Nahrungsfachmann. Produziere 50 Nahrung. Okay, da können wir dann mal eben in Auftrag geben hier. Auf jeden Fall. So, das schaffen wir. Ähm. So, Suppe. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann mal andere Sachen produzieren. können. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, der ist fertig. Und jetzt kann der nämlich... Ach nee, jetzt... Doch, der hilft jetzt damit. Cool. Geht jetzt rucki zucki, glaube ich, ne? Na komm schon. Müsst ihr jetzt eigentlich umschlagen, oder? Die haben doch auch gerade schon 24 Sekunden gebraucht. Aber gut. Okay, dann haben wir gleich noch ein bisschen Gold. Die zwei sind wieder... Ja... Äh... Arbeitslos. Ne, wir haben ja jetzt auch gerade für die Werkstatt noch Sachen bekommen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ähm. Da sind sie. Genau. Da haben wir nämlich drei Stück von bekommen. Und die würde ich jetzt ganz gerne dann natürlich dann auch hier hinsetzen. So. Hier geht's leider nicht. Ähm. Hier würde es jetzt gehen. Wir können natürlich die Werkstatt jetzt ausbauen. Aber ich will ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen hier ausbauen. Ich glaube hier... Ne, hier geht's auch nicht. Hm. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Platz. Ähm. Können wir so lassen jetzt, ne? Ja. Gut. Ähm. Im Lager befinden sich noch sechsmal Suppe. Dann muss der eine jetzt gleich auf jeden Fall was essen. So, ist fertig. Juhu. Wieder Gold. Langsam füllt es sich hier oben. Was ist das denn? Ach, die Einstellungen. Okay. So, dann beeilt euch mal, Jungs. Damit wir hier unten die Werkstatt vollenden können. Die sind ja immer rucki zucki fertig hier. Wie die da unten am Arbeiten sind. Ey, Wahnsinn. So, und jetzt könnten wir hier auch schon wieder dann, ne? Aber erst mal warten. Ne, ich würde dann auf jeden Fall den Schlafsaal hier hinten dann erweitern. Das mache ich auch, glaube ich, mal eben. Warte mal, Forschung war jetzt nichts mehr, ne? Eine Minute, ne, 54 Sekunden nur noch. Cool. Ähm. Düt, 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 düt. Da ist er, der Schlafsaal. Oh, davon habe ich noch drei. Davon habe ich noch drei. Geil. Eins, zwei und drei. Eins kaufe ich aber noch für tausend. So. Und platziere das direkt hier. Und dann werde ich auch noch mal ein bisschen umbauen, ne? Würde ich sagen. Ja, guck mal. Ach, der eine, der produziert jetzt Nahrung. Okay, der andere, der ist da. Der eine, der schläft. Alles klar, Jungs. Ich habe auf jeden Fall, wenn ihr gleich wieder fertig seid, hier eine Menge Arbeit für euch. Meine Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ähm. Dann wird die Forschung fertig sein. Und dann werden wir mal schauen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.